Hallo, hier ist Sophie von Easy German with Sophie. Deutsch-Ukrainisch. Wichtigste Sätze auf Deutsch für Ukraine. Guten Tag. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Mein Name ist... Wie heißen Sie? Wie lautet Ihr Nachname? Sprechen Sie Deutsch, Englisch, Russisch? Woher kommen Sie? Darf ich Sie fragen? Was ist passiert? Das tut mir sehr leid. Kann ich Ihnen helfen? Ja, Nein, Danke, Bitte, Entschuldigung, Tschüss, Bis Morgen, Viel Glück, Haben Sie Hunger, Durst? Die Frau, der Mann. Wenn dir mein Deutsch-Ukrainisch Video gefallen hat, dann gib mir ein Like und ich mache mehr solcher Videos. Bitte abonniere meinen Kanal, um noch schneller Deutsch zu lernen. Please subscribe to my channel and learn even faster German. Every Monday and Wednesday you get a new video. Thanks for watching and I hope to see you soon. Bye-bye. 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 Bye-bye.